Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender für dich, der mich etwas zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar hat Faszino einen Adventskalender rausgebracht bei WM. Das ist dieser hier und das ist ein Adventskalender voller Socken. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, jedes Jahr bringt DM doch irgendwelche spektakulären neuen Adventskalender auf den Markt. Letztes Mal war es der Haar-Adventskalender, der richtig gut angekommen ist. Und dieses Jahr ist es dann wahrscheinlich der Socken-Adventskalender. Faszino ist eine Marke, da habe ich tatsächlich auch schon die ein oder andere Strumpfhose von, da habe ich mir auch Füßlinge von gekauft. Ja, und jetzt gibt es da einen Adventskalender von. Designtechnisch finde ich das okay, also das ist halt relativ schlicht. Es ist jetzt auch sehr unisex gehalten, weil es ist jetzt nicht klar, Mann-Adventskalender, Frau-Adventskalender, ne? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier speziell irgendwelche Socken mit Autos drauf haben werden. Ich glaube nicht. Und ich bin wirklich gespannt, was sich hier drin verbirgt, ganz ehrlich. Ich würde sagen, wir machen ihn einfach mal zusammen auf. 19,95 kostet der bei DM, also falls du da Bock drauf hast, ne? Wir starten jetzt mal mit der Nummer 1. Die Kläppchen lassen sich übrigens super leicht öffnen. Die sind hier teilweise auch schon ein bisschen eingedrückt vom Transport. Und hier, okay, ich habe gesagt, dass ich denke, dass wir da nicht irgendwie ein Adventskalender-Uni, also dass wir quasi unisex unterwegs sind, aber wir haben hier einfach eine Socke drin. Eine? Okay. Du hast hier also nicht komplette Paare drin. Das heißt, hier werde ich dann irgendwann in einem anderen Kläppchen noch eine weitere Socke von kriegen. Ich feiere das. Okay, ich finde die schön, ne? Das ist halt so ein dunkelviolett mit rosa Herzchen drauf. Also das sind Socken, die ich auf jeden Fall auch gerne tragen werde. Faszino hat jetzt eine Solala-Qualität, ne? Es ist einfach witzig jetzt, Leute, ne? Wir nehmen es jetzt mal so, wie es gedacht ist. Ich glaube, als Joke ist es tatsächlich auch gedacht. Brennst du jetzt ein paar Tage erstmal mit einer Socke am Fuß durch die Gegend. Und dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 2. Die ist hier. Ja, da bekommst du nämlich eine andere und darfst dann ab dem 2. Dezember schon zwei Socken anhaben. Aber die nächste Socke, die du anhaben darfst, ist eine andere. Es ist eine graue mit weißen Sternchen drauf. Finde ich auch sehr schön. Ich habe übrigens den Adventskalender in der Größe 39 bis 42 bestellt, weil ich habe Größe 41. Okay, ich sammle hier mal vor mir die Socken, dass ich gucke, dass ich die ganzen Paare auch zusammenkriege. Geil. Okay, ähm, die Nummer 3. Hallo? Da. Okay, das ist eine kleine Geschichte hier. Ne, das ist keine kleine Geschichte. Das ist genauso eine große Socke wie die anderen auch. Hey. Okay, ja, ne, das ist ein Füßling. Das ist doch auch schön, ne? Eine Sneakersocke. Ja, ich weiß nicht, was kostet ein paar Zinosocken. 4 Euro oder so, das Paar. Äh, jetzt gehen wir mal zu der Nummer 4. Die ist hier. Ich hoffe, dass wir die Paare, ja, die Paare werden sich irgendwann vereinen. Okay, hier haben wir dann tatsächlich eine weitere von diesen Herzchensocken. Das heißt, wir haben hier tatsächlich in der Nummer 4 das Paar vereint. Und das kann dann gleich in die Wäsche. Ich finde es schön übrigens. Gut, äh, der Tag vor Nikolaus. Ähm, ist die Nummer 5. Ja, da haben wir jetzt das zweite, den zweiten Socken von dem grauen Socken-Sneaker-Paar. Ich bin auf eure Reaktion sehr gespannt, Leute. Wie findet ihr den Adventskalender, hm? Wie findet ihr die Idee, Socken in den Adventskalender zu packen, beziehungsweise nur Socken? Ich finde es mega witzig. Die Nummer 6. Ich meine, hier steht ja auch, mach dich auf die Socken und so. Das ist wirklich nur Socken. Ach, cool. Ach, guck mal. In der Nummer 6 haben wir dann auch ein komplettes Paar drin. Das sind zwei Stück dann. Und, äh, ja, da ist der Nikolaus drauf. Und die sind auch ganz hübsch. Ja, süß auf jeden Fall, ne? Mit dem Gesicht und so. Das fühlt sich auch echt schön an, muss ich sagen. Der Bart fühlt sich schön an. Die Frage ist halt, wie lange hält sich das dann auch, ne? Mit diesen Kuschelsocken immer. Ansonsten sind es halt ganz normale Socken. Die Nummer 7. Haben wir hier oben. Meine graue Sternchensocke hat übrigens immer noch keinen Partner. Sie ist ganz allein. Aber ich habe eine rosa Sneakersocke. Die finde ich hübsch. Ich meine, ne? Die sind auch relativ durchsichtig und so. Das ist jetzt nicht so high quality hier. Das ist mir schon klar. Aber, ähm, für 19,95, ich weiß nicht, wie viele paar Socken ich am Ende dabei rauskriegen werde, kriege ich das auf jeden Fall gebügelt. Okay, die Nummer, äh, 8 haben wir hier offen. Jetzt bekommt meine Sternchensocke endlich ihren Partner. Tada! Haben wir das Paar vereint. Doch, aber das sind, also schon optisch ganz schicke Socken, muss ich sagen. So, die Nummer 9. Hier bringen wir wieder ein bisschen Schwung in die Kiste. Hier haben wir einfach, äh, ich verlinke euch hier oben mal mein Amoreli-Unboxing. Apropos Schwung in die Küste. Ähm, eine beige Socke. Die ist einfach schlicht beige. Ja. Das ist unisex, ne? Also, jetzt abgesehen von der rosa Socke und den rosa Herzchensocken war auch alles unisex, meiner Meinung nach. Ähm, wo war ich? Bei der 9? Jetzt gehe ich zu der 10. Wir werden zweistellig. Ne, die ist hier. Ah, guck mal. Jetzt hat meine rosa Socke auch endlich ihren, äh, Begleiter bekommen. Ah, ich feiere das. Ja, ich finde das schön. Ich finde das wirklich witzig. Wenn nicht könnte, ich würde mich die ganze Zeit beömmeln. Hier haben wir die Nummer 11. So, jetzt hat meine beige Socke auch ihren Begleiter bekommen. Ach, beige, kannst du auf jeden Fall, ne? Kann man wohl tragen. Ist gut. Ähm, Halbzeit. Halbzeit ist für mich immer eine ganz wichtige Geschichte. Aber, ich glaube, die Socken sehen das nicht so wie ich. Doch, guck mal. Ach, guck. Das finde ich hübsch, ne? Ist auch nicht unisex. Das ist eine Sneakersocke. Auch wieder. Und, äh, ja. Mag ich leiden. Ist ein weihnachtliches Design. Finde ich hübsch. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt, ich, ne? Im Winter Sneakersocken tragen würde. Aber, ähm, mag ich mit den Herzchen und mit den pinken Viechern hier. Doch, das ist hübsch. So, gute Nummer 12. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 13. Die ist hier. Oh, wir haben Punkte. Beige mit Punkten drauf. Das finde ich hübsch, ne? Das ist schick. Ja. Oh, du kannst nichts zu sagen, doch. Wer wartet denn überhaupt noch hier auf den Partner? Ah, die beiden sind tatsächlich jetzt auch nur noch ohne Partner. Mhm. Die anderen lege ich mir mal kurz auf einen Haufen zurecht, weil ansonsten verliere ich hier doch den ganzen Überblick bei den vielen Socken, die hier rumliegen. Ähm, die Nummer 14 habe ich hier. Ach, guck mal. Da hat die Nummer 12 jetzt ihren Partner gefunden. Das ist hübsch. Hatten wir eben schon. So, Sneakersocken, Sneakersocken sind vereint. So, äh, die Nummer 15 bräuchte ich jetzt. Die ist hier oben. Ach, hier steht es auch drauf. 13 Paar Sneakers und Socken. Ja, wir kriegen am Ende 13 Paare raus. Okay. Das ist einfach eine graue Socke. Ja. So, aber abwechslungsreich von den Mustern her. Das muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir. Die Nummer 16 haben wir hier. Wir haben gestreifte Sneakersocken. Guck mal, die sind hübsch. Das mag ich leiden. Das ist nice. Der Kalender löst sich übrigens. Ich glaube, der ist nicht richtig festgeklebt hinten. Ähm, das war die, ich weiß nicht, 15, 16. War das die 16 jetzt schon? Die Nummer 17. Ah ja, guck. Da bekommt meine graue Socke auch ihren Begleiter. Richtig schön. Ja, auf meinem Kanal geht es ja nicht nur um Beauty, sondern auch um Fashion. Wir sind hier im High Fashion Bereich. Wir gehen jetzt rüber zu der Nummer 18. Die ist hier. Oh ja. Wieder die bestreifte Sneakersocke. Die hat jetzt auch ihren Kompagnon. Äh, 19 habe ich hier. Oh, das sieht ja hübsch aus. Das ist mit Punktis, aber mit großen Punktis. Der Druck ist nicht ganz so sauber, ne? Nö, nö, nö. Aber die sind ganz hübsch. Beziehungsweise das ist, ne, das ist ein anderer Faden. Das ist gar nicht gedruckt. Oh, da möchte ich mich dann nicht beschweren, weil, ne, das ist hohe Webkunst. Ähm, Nummer 20. Wir sind im echt, im 20er Bereich schon. Wahnsinn. Oh. Wir haben Sneakersocken. Und die haben Punkte drauf. Pinke Punkte. Und das ist, oder rosa Punkte. Und das ist eine lila Sneakersocke. Cool. So, äh, 21 haben wir hier. In der Nummer 21 haben wir die zweite Kuhfleckensocke. So nenne ich sie jetzt einfach mal ganz freundlich. Äh, 22 haben wir hier unten. Ja, im Prinzip fehlen meinen beiden Socken, die hier liegen. Hier noch einfach ihre Freunde. Da habe ich einmal die beige Lina gepunktete Socke. Socke. Zack. Dann habe ich in der 23 wahrscheinlich meine Sneakersocke. Genau. Mag ich leiden? Doch. So, und jetzt müssen wir in der 24 irgendwas Besonderes drin haben. Irgendwelche besonderen Socken. Ja. Geil. Ich liebe Weihnachtssocken, Leute. Und hier sind Weihnachtssocken drin. Und die gefallen mir irre gut. Warte. Lauf nicht weg. Schick, oder? Das ist ein süßes Design. Da haben wir so Weihnachtsmützchen und Weihnachtsbäumchen und eine Zuckerstange und Geschenke. Voll cool. Ja, Leute. Das hier ist dann der komplette Adventskalender. Da haben wir dann 13 Paar Socken drin. Ich finde den Adventskalender mega. Wirklich ohne Scheiß jetzt. Ich finde den richtig gut. Ich finde es von der Idee her einfach super witzige Socken reinzupacken und den als Adventskalender halt zu verkaufen. Und in dem Sinne dann ja auch jemandem vielleicht zu schenken. Und dann macht jemand das auf. Und die Menschen finden es witzig. Wenn du halt jemanden hast, der auch irgendwie, keine Ahnung, fancy Socken mag und nicht den ganzen Tag nur schwarze Socken trägt. Ne? Oder weiße Socken. Das ist ja halt immer... Es gibt die Menschen, die tragen auch mal bunte Socken und es gibt die Menschen, die tragen immer nur die gleichen Socken. Und ich finde es fancy. Ich mag das. Und man kann jetzt theoretisch hier einfach das vordere Ding entfernen. Und das hier. Schau. Als Regal nutzen oder so. Das finde ich auch immer ganz praktisch, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie groß, was das stört. Ich finde, die Kläppchen haben sich schön öffnen lassen. Das hat alles 1A funktioniert. Also mir hat es gut gefallen. Und ja, wenn dir auch dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz teuer gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.